Macht ausm Schacht Leute, er verfolgt mich Leute, ich guck hin Und es ist Geil Ich hab wieder Alter, diese Lache war grad episch Aber ich hab wieder Bar gezogen, Leute Ich hab den ekelhaften Spieler wieder gezogen Geil Das ist geil Also es ist jetzt kein guter Spieler vom Rating her Aber Leute, einfach aus dem einfachen Grund Es ist einfach wieder Bar Es ist wieder der ekelhafte Spieler Leute, es ist wieder der ekelhafte Spieler Er verfolgt mich Ich hab drauf gedrückt Nächstes Pack So, jetzt gönnt doch EA hoffentlich 80 frei 80 frei Der Stefan, Florian Tauchhammer Ah, frei 80 Ich guck hin und es ist Ach, Stefan Echt Das müssen wir noch lernen, Stefan Mit dem Packlack Okay, Leute Das sieht jetzt nicht so gut aus Aber, Leute Das ist Trotzdem, Leute Es ist Es ist einfach Es ist einfach Bar Leute, einfach Bar Stefan Jawohl Stefan Alter, Leute Zwei Zwei Memes gezogen Also ein Bar ist jetzt kein richtiges Meme Aber Stefan und Bar Geil, Leute Geil Ich gönne mir jetzt Kanabaro, Leute Leute, Kanabaro Jawohl Das sieht geil aus Kanabaro Gönnung Nur 15 Zuschauer Da geht noch mehr Ja 16 Aber es ist Es ist der Donnerstag Stream Leute Es ist der Donnerstag Stream Und hier Haben wir den Kanabaro Jawohl Der sieht so geil aus Was hat denn der eigentlich für Stats Alter Ja, halten Na, halten müsste ich auch nochmal verbessern, Leute So, zack 30.000 Auf Ihn So, auf Kanabaro Jetzt ist Kanabaro im Team Oh, sieht schon geil aus, oder? Ein Kanabaro Schön hinten Äh In der Abwehr Und dann wird Kommt für Kabak Noch nen Äh, ja Schöner Saftig Knaftiger Niklas Starkrein Oha Der Kai ist als nächstes dran Der Kai als nächstes Okay Geil Noch neun Abos Hast du schon Nen Abos Special Ähm Ich glaub, wir reden die ganze Zeit schon drüber Aber Ja, ich hab nen Abos Special Und zwar Werde ich bei 500 Abonnenten Alle Leute, die es jetzt auch noch nicht wissen Ich werde mal ein Ständchen auf dem Klavier bringen Okay Äh Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel des Guten ist Ähm Aber Ich werd's nochmal genau an Ankündigen, wenn wir die 500 Abos erreicht haben Äh, wann das kommt Das Abos Special Und genau Was Havertz Boah Alter Alter Ist das krass Eieieie Okay, der Havertz Der Havertz ist echt krank Der Havertz Ja Durch, guck Leute, habt ihr es gesehen Durch die Lücke Durch die Lücke hat er geschossen Da muss ich jetzt echt mal gucken Alter Jadon Sancho Ui, ja Also Der Kainz ist echt stark Kainz ist wirklich stark Ich hab ein, zweimal gegen ihn gespielt Leute Leute, schaut euch das an Nach 10 Minuten Nach 10 Minuten Eieieieiei Okay Ach Alter Alter Ich sag's euch Direkt nächster Angriff Nächstes Tor, oder? So sieht das aus Was? Alter, jetzt Jetzt reicht's aber Jetzt reicht's aber Jetzt reicht's aber Wirklich, oder? Alter Bei dem war jeder China also ich hab'n Ja schon so'n Mikrofon halt im Headset Alter Ey, das geht, das kann Das kann's nicht sein Was? Komm die mir bei steh mir bei können nein können du nein du kannst nicht wo triozola die jahre news abonnenten konsti hobs ich weiß nicht nun vielleicht kann jemand ein highlight davon machen der wird wieder ein tor machen die medica alter dafür wäre ich die sprache keinsen nimmt mich hobs keinsen nimmt mich absolut hobs leute wisst ihr wer schuld ist leute wisst ihr wer schuld ist juan bernard juan bernard ist dran schuld so so ein ding ist das aber niemals medel in frage stellen also media hat mich getroffen ach doch hat er getroffen ich frage mich mal was hat er für ein team wie deutschland brasilien ne digga nee ne 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 ja bender gönn wenigstens mal tor gönn nein der geht vorbei Kaisen. Kaisen, ich zieh meinen Hut von dir. Ich zieh meinen Hut vor dir, Kaisen. Kaisen, du bist unfassbar, wirklich. So, Blaschikowski. Geil, der gibt's. Louis Serre. Okay, Leute, Jetpack, Jetpack, Jetpack. Ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt. Und ihr sagt jetzt hoffentlich mal, wen ich gezogen hab. Hoffentlich was Gutes. Hoffentlich was Gutes. 89er, ja, wahrscheinlich hab ich 89er. Jawohl, genau. Wahrscheinlich hab ich 89er gezogen. Ähm, Ibijiwisch, ja, genau. Wahrscheinlich hab ich Ibijiwisch. Alter Torsten, ey, wie das bleibt ihr alle 89? Thiago, alles klar. Von wegen, wie hab ich 89er Torwart? Ey, ob, wirklich? Krass. Was schreibt ihr alle? Ich guck mal hin und jetzt, was? Was? Es ist halt wirklich der 89er. Geil. Geil. Alter. Alter. Alles klar, Digga. Ey, sorry jetzt, die Hexenlache war auch am Start, aber... Was? Einfach 89er. Der ist eine Mille wert. Alter, sogar animiert. Digga, der ist nichts wert. Na, kann sein, aber... Ist schon geil, so einen Packlack zu haben, Leute. Geil, Digga. Alter. Mann. Das ist eine Wucht, Leute. Beim letzten Mal Mitrovic gezogen. Und jetzt ein Thiago Sa. Ja, Leute, es wurde Thiago verkauft. Leute, an alle Leute, die dachten, dass er nur 300.000 wert ist. Der ist... Ich hab den für über eine Million verkauft. Der war nicht 300.000, Leute. Alter, über eine Million. Über eine Million. Für einen... Für einen Raking 89er Spieler. Leute, ich mach Chat Pack nochmal. Nochmal ein Pack für euch, Chat Pack. Fernandinho, Fernandinho, Luis Rosa, Fernandinho, 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 okay, Fernandinho, ich guck hin und es ist wieder, ah ne, Fernandinho, Alter, ich hab ihn gerade eben in die SBC reingehauen, ja moin, gerade eben in die SBC reingehauen und jetzt krieg ich ihn, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dennis, du Ehrenmacht, da ist Macht aus, da ist Macht aus den Schlacht. Neues Emoji, Macht aus den Schlacht. Dankeschön!